Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Sudden Strike 4. Mein Name ist Ed, ich begrüße euch ganz herzlich jetzt in der DLC Kampagne Road to Dunkirk auf alle Seiten der Alliierten und wir befinden uns jetzt vor der Schlacht um Ypern und da wollen wir jetzt hin. Wie immer gilt, wer den Text lesen will, macht jetzt hier an dieser Stelle Pause beim Video, ansonsten gehen wir direkt in die Action rein und ja, was wählen wir denn mal. Wir machen Nebelwerfer, Handgranaten, Nuckenausguck. Wir nehmen die Infanterie leere. Genau, die nehmen wir. Ja, wollen wir mal sehen, dass wir das hinkriegen. Ich bin mal gespannt. Hier gehört Jungs. Die deutsche Armee steht vor den Toren von Ypern. Es ist die Aufgabe dieses Zuges, die deutsche Kommunikation lahmzulegen. Die Deutschen haben im Gebiet eine Hauptfunkzentrale errichtet, die sie sprengen müssen. Tja, dann wollen wir mal gucken. Okay, Marsch, Marsch. Okay, folgendes machen wir. Na, ich würde euch ganz gerne mal hier nebenhin packen, Jungs. Du bist doch mein Speer, ne? Genau, du bist doch der Speer. Keiner schießt. Na gut, wir schießen jetzt schon. Okay, du bleibst mal hier, du gehst mal da hin, damit wir maximale Sichtreichweite haben. Okay, leg dich hin. Los, Leute, macht ihr platt hier. Okay, Verstärkung kommen. Noch schießen? Nicht schießen. Okay, weg hier. Mach den weg hier, komm. Los. Auch das noch. Los. Los, macht hinne. Schlecht, wir haben ein Fahrzeug wieder verloren. Das ist schon wieder totaler Mist, ganz ehrlich. Das gefällt mir nicht. Wir können uns den da holen. Oder auch nicht. So, alle Mann mal aufstehen hier, das ist ätzend. So. Wir gehen jetzt mal dorthin. Ihr könnt ja sowieso hier durch den Wald gehen. Das ist okay. Aufstehen. Aktanate werfen. Ja, mach dir nütz. Kommen wir. Schneid's ab, schneid's ab, los. Sehr gut. Gut. Ausgezeichnet. Fahr mal vor. Zwei Mann. Hol dir die Kanone. Hol dir den. Bodenangriff. Gleich, wenn der weg ist. Ah, der fehlt jetzt jetzt ein Männlein. Der kriegt einen Gönner hier. So, okay, Jungs. Weg. Weg, 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 weg. Okay, Jungs. Hier, alle Mann einsteigen. Reicht nicht? Okay, dann gehen wir hier mit rein. Und mach das mal platt. Mach das mal platt, bitte. Sieht aus schon fast wie der Eiffelturm in klein. Wenn man mich hier so anguckt. Aber ist cool, dass man hier sogar sieht, dass der hier im Boden verankert ist. Echt cool gemacht. Gefällt mir gut. Fahr jetzt gleich hin. Jetzt sieht er aus wie der Schiefe Turm von Pisa. Hallo, es kommt. Gleich ist er hin. Gut. Alles klar. Gehen wir erstmal da oben hin. So, wo ist denn unser Offizier drin? Haben wir den überhaupt noch? Ja, eigentlich müssen wir den nur noch haben, oder? Hier. Äh, wartet. Ihr nehmt einen Kübelwagen mit. Wie ich gerade sehe, ist hier mein Specialist drin. Okay, folgendes. Du raus. Du raus. Du musst rein. Du gehst nicht aufschießen. Du robbst dich ran. Aufstellen. Noch ein Stückchen ran, bitte. Aber marsch, marsch. Und Bodenangriff. Na los. Okay, das geht flott. Okay, marsch, marsch. Jagen Sie jetzt die Werkstatt in die Luft. Yes. Ja. Da unten. Okay. Dann wollen wir mal. Ach, Leute. Mach doch nicht hier so ein Kuddelmuddel. Keiner schießt. Okay, du, du nicht. Du, abschneiden. Du gehst gucken. Nicht schießen. Hinlegen. Nein. Okay, 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 okay. Ihr geht raus. Ähm. Okay, okay. Folgendes. Ah, da können wir nicht rein. Verdammt. Nicht schießen. Okay, folgendes. Feuer frei. Feuer frei. Ja, okay, jetzt macht sie nieder. Ja, mach sie nieder, komm. Los. Fick sie alle wieder zusammen. In Ordnung. Du gehst jetzt ein bisschen flotter ran. Alle Mann rein. Gut, 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 gut. Auf der Weg. Oh, wir brauchen nicht in Sichtweite. Keiner schießt. Ne, der ist voll. Ah, boh, 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 boh. Oh, nein, Gehör. Feier die Schuhe. Reportieren für die Schuhe. Marsch, marsch. Stopp. Ja, komm mal. Vorstellungen, gehen wir. So, los. Schön vorsichtig anpirschen. Ordnung. Wo ist, mach hinne. Komm schon. Ordnung. Ja, das Teil ist gleich hinne. Sehr gut. Ja, noch ein Treffer. Es wird viel Zeit vergehen, bis Sie diese Ausrüstung wiederverwenden können. Und noch ran. Die Verstärkungen treffen gleich ein. Kommen Sie auf unsere Seite des Kanals zurück. Marsch, 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 marsch. Na los, Männer. Ein fauler Apfel steckt 100 gesunde an. Okay, los. Und jetzt flott. Ganz flott. Das muss schnell gehen jetzt. Los, 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 los. Los, 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 los. Nicht stehen bleiben. Leute, nicht durch den Botanik. Los, 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 los. Der ist egal. Den kümmern wir uns nicht. Den brauchen wir nicht. Na los, Männer. Ein fauler Apfel steckt 100 gesunde an. Bewegung. Die Verstärkung trifft jeden Augenblick ein. Kehren Sie zur Stadt zurück und bereiten Sie Ihre Verteidigung vor, während der Rest der Truppe die Evakuierung übernimmt. Verstärkung eingetroffen. Okay. Alle sind da. Marsch, marsch. Ja, Sir. Nach oben. Los. Hier rein. So, Jungs. Ähm... Der ist besetzt. Das ist okay. Okay. Okay, hier dahin. Meine Jungs kommen. Das ist gut. Hier das Gebäude. Für alle Fälle. Ähm... Eins. Zwei. Panzer. Panzer, Panzer. Okay, Panzer. Lasse kommen. Holzer, Panzer. Sie können sich auf unsere Artillerie verlassen. Sie wird Ihnen mit Deckungsfeuer bei der Verteidigung helfen. Das freut mich. Wir sind ja fast soweit. Affirmative. Gossip. So, komm. Ready to attack. Moving. Okay, das ist Versorgung. Any orders, Sir. Any orders, Sir. Reporting for duty. Alles klar, Jungs. Come on. Gossip. Alles klar. Da, 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 da. Du fährst nach oben. Das brauchen wir da. Und... Wirklich alles raus. Any orders, Sir? Reporting for duty. So, hier rein. Und... Hier geht man hier hin. Alles klar. Raus. Raus. So, das ist mein Mörser. Gut, 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 gut. Geht mal, verteilt euch mal ein bisschen noch. Infantrie ready. Machine gun, oiled and ready. Hier noch. Infantrie on the move. Gernadir. Infantrie on the move. Wartet, dann nehmen wir mal den hier raus. Ready, Sir. Und du wirst nämlich unser Spion. Ich will wissen, wann hier was kommt. Ready to attack. Come on. We are ready, Sir. So, Aufstellung. Hier ist... Zurückkommen und zwar schnell. Ihre Artillerie nimmt das gesamte Kanalufer unter Beschuss. Yes, Sir. Okay. In Ordnung. Der Feind nähert sich Ihnen. Verteidigen Sie die Stadt um jeden Preis. Any orders, Sir. Moving the gun. Truck reporting for duty. Okay. Go ahead. Transport ready. Yes, Sir. Orders? Okay, okay. Infantrie ready. Gehen wir dahin? Infantrie on the move. Komm jetzt. Target destroyed. Yes, Sir. I'm badly wounded. I'm badly wounded. Okay, Ruhmzug. Supertanks. Anti-tank moving. Anti-tank moving. Vehicle is operational. Awaiting orders. Moving. Los. We are confronted now by the most severe challenge in our history. We are confronted now by the most severe challenge in our history. We are excited. And we're surprised. We'll see you now in the next morning. Demvitaן. dürfen Americans.